Lustige Bewertungen vom Olympiastadion Berlin. Beim Fußballspiel stinkt es und die Fans waren alle besoffen. Nie wieder. Heute leider nicht so gut. Hertha war schlecht. Immer wenn wir Leipziger da sind, verliert ihr, und die Spiele sind immer langweilig von eurer Seite aus. Schade. Abreißen und Wohnungen hin, wäre allen geholfen. Ekelhaftes Stadion, passt zu dem Kruppzeug, welches dorthin geht. Bei einigen Fußballspielen ist dieses Stadion wie eine Bibliothek. Haha, nix los. Größter Müll, Union ist besser. Ohne Hertha BSC wäre das ein schöner Ort in Berlin. Lege Limo auf die Toilette, bei den Preisen.